herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal der boden ist kacka vorher war es der boden des lava jetzt ist der boden des kacka ich weiß auch nicht wieso das jetzt so geändert wurde fragt mich nicht warum ich das spiel ja das gerne jetzt schon mal ein abo da und like würde mich freuen und viel spaß mit dem video boden ist der boden ist kacka warum warum nur und gleich stadt wir schon in die erste runde aber erst mal schieße ich euch ab was machen wir jetzt hier genau wir müssen so hoch kommen wie es geht und dann überlegen selbst erklären glaube ich hilfe der boden wird in jetzt zu kacka ich bin noch nicht mehr raus gekommen ja liebe zuschauer nun sind wir im zuschauermodus ja ich mag auch jess bürger jess bürger jess bürger jess bürger jess bürger jess bürger ich habe einen nicht genug dr.pepper m m er dr.pepper das sollte recht lecker schmecken verdrahten die map heißt verdrahten nicht verraten verdrahten der boden wird in sieben Sekunden zu kacka der boden ist kacka ja so heißt das spiel halt ich kann auch nichts dafür äh dann mal nach oben ähm wir spielen hier ähm äh domspire was auch immer ein diamant hoch ja ich habe ihn eingesammelt das war ein richtig großer nach Mist die haben sich mit Hilfe von mir mir hochgeschmissen ja warte ich habe fast geschafft ich habe fast ich habe fast ich habe fast nein bitte 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 lass mich überleben überleben ich muss überleben ja ich habe überlebt alle überlebte hier dr.pepper ähm wir haben 66 punkte das heißt ich würde sagen wir holen die eiscreme jetzt haben wir noch 16 punkte wir brauchen den ok ähm wir haben alles lava flucht das ist äh gut der boden wird in 3 sekunden zu lava nämlich in 8 sekunden 5 4 aua 2 1 lava ich meine das sieht irgendwie grünlich aus ja ich bin mir nicht sicher ob das wirklich so wirklich das ist was ist so kacke darstellen es sieht aber eher mehr nach es sieht halt aus wie das andere es ist braun grün und der champion überlebt wieder da wird und dann 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 doch dort hat er dann nirg 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 es ist zeit für warum ist die da oben wir schrauben von hilfe der boden ist aus wir haben ein problem ja das war ein wenig ein wenig schweren werden jetzt aber ein parkour machen um ich habe 50 siege das heißt ja ich habe schleim 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 guten tag herrschleim schweine hau wir sind im haus von piggy man lauf rein um dein leben wenn um dein leben dein leben hängt davon ab wenn man schon im kreis jubel fisch ist m dann feuerfrei für die bergenpistole warum warum ich hab doch gewonnen warte ich mache musik die nordpol eiskappen den nordpol in eis verpacken so heißt die ich hab'n schleimi die anderen nicht feuerfrei für platzfrei feuer hier schmilzt das ganze eis und wir schmelzen gleich auch denn unter uns schmilzen die polarkappen warum fragt ihr euch vielleicht nein die polarkappen schmilzen wegen kaka wird der dritte 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 eis grauer eine zufällige karte wird regeneriert wie kommt man hier hoch ach da vorne renn 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 schneller renn rennerin ich renne ich renne nicht ich renne so schnell ich kann und ich werde es schaffen denn da vorne ist die nächste leiter die ich nicht erreichen werde weil sie so weit weg ist schneller ja ich hab's geschafft yeah und ich bin fast tot warum ja liebe zuschauer sie können jetzt von hier aus von der tribüne aus zugucken wie jemand gutes hier runter segeln wird oh wow dum 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 hello hello slash e dance Furtz. Furtz, genau, so heißt die Karte Furtz. Furtz der Furtzigkeit. Ach, da vorne geht's hoch. Ähm, ja, vielen Dank, dass du mir Bescheid gesagt hast, nicht, Bacon Herr? Deswegen werde ich dich jetzt abschießen mit meiner Bang-Pistole. Einen Moment bitte. Oh nein, die Kacke steigt. Nicht nur nach oben, auch nach unten. Das heißt, wenn man versucht, aus der Map zu springen, um zu überleben, dann ist man doof. Und runter, ui. Komm mit Schleim. What? Dum 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 dum. Slash E. Danke. Dance. Geflorenes... Ich kann ja gut lesen. Gefrorenes Gletscher. Bestes Deutsch. Gefrorenes Gletscher. Falls ihr so Deutsch redet, das ist dann... äh, Deutsch. Ach, was auch immer. Ähm, ich komm hier irgendwie gerade nicht hoch, ey. Ich werde die Kacke nicht überleben. Das finde ich aber kacke. Nein. Bitte. Nein. 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 Es tut mir leid, Jim. Aber die Firmen musste ich leider gehen lassen. Nein. 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 Aus. 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 Ja, ich habe nicht überlebt. Oh. Okay. Und jetzt letzte Runde. Letztes Glück. Letzte Runde. Kein Glück. Ja, Mr. Slime, ähm, was sagst du denn dazu? Das ist Slimey aus Minecraft Town übrigens, ne? Ja, Slimey, äh, genau. Ihr sollt, ähm, liken und abonnieren und dann, ähm, macht das Slimey glücklich. Guckt ihn in die Augen. Bis jetzt ist er noch nicht glücklich, er muss einfach lächeln. Aber wenn ihr abonniert und liked, dann ist er glücklich und dann ist alles gut. Und deswegen liken und abonnieren. Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos mit diesem Schleim da oder mit irgendjemand anderem mehr verpassen könnt. Und wir stellen uns auf das Pizzamilchchen da. Hallo, Herr Pizzalieferant. Frau Pizzalieferant. Yay, yay. Yay. Ich will nicht da unten stehen. Ich will hier stehen. Vor allem da unten, da oben meine ich. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Und wir können hier mal wieder aktivieren, ähm, damit Slime, ähm, wieder glücklich wird. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschau. Man, wie geht es kann,. Aber. Als działa.